Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Erklärvideo Begriffe aus der Medienpädagogik kurz erklärt. Medienpädagogik beinhaltet viele unterschiedliche Bereiche und ist selbst als Begriff nicht ganz einfach zu fassen. Wir haben daher dieses Erklärvideo gestaltet, das mit der Abgrenzung und Erklärung der Begrifflichkeiten helfen soll. Dazu wenden wir uns kurz zum Begriff Medien. Wir möchten den Begriff nicht genau definieren, sondern nur grob umreißen. Dabei hilft uns die Wortherkunft, wie hoffentlich an den Maxl zu erkennen ist, aus dem Altgriechischen Meson das Mittlere, also etwas Vermittelndes wie die Sprache, die Schrift, Bilder, aber auch wie in diesem Fall Skulpturen. Dieser Umriss soll uns fürs Erste genügen. Wir halten fest, Medien sind Vermittler von etwas. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass auch die Art und Weise, wie etwas vermittelt wird, Einfluss auf die Botschaft hat. Medium ist also nicht nur Werkzeug, sondern soll auch kritisch betrachtet werden. Und hier kommt auch schon die Medienpädagogik ins Spiel. Die Medienpädagogik beschäftigt sich mit der pädagogischen Bedeutung von Medien. Das soll heißen, dort wo Medien als Mittel der Information, Beeinflussung, Unterhaltung, Unterrichtung und Alltagsorganisation Relevanz für den Menschen erlangen, werden sie zum Gegenstand der Medienpädagogik. In der Medienpädagogik gibt es die verschiedensten Strömungen, wie zum Beispiel die bewahrpädagogische oder die bildungstechnologisch optimierende. Um nicht zu sehr ins Detail zu gehen, wenden wir uns diesen Strömungen in einem gesonderten Video zu. Zur Medienpädagogik gehört auch die Medienbildung. Sie beschreibt den Prozess der Bildung, in welchem vorhandene Strukturen immer wieder aufgelöst werden, um durch komplexere ersetzt zu werden. Gleich einem Schal, wie hier im Bild, dem immer wieder ein Stück angehängt werden kann, der aber auch wieder aufgetrennt, geändert oder repariert werden kann. In diesem Konzept der Bildung sind auch Lücken möglich, sogenannte Unbestimmtheitsräume, die ausgehalten werden müssen. Unser Handeln soll immer darauf ausgerichtet sein, den Kindern und Jugendlichen Wissen und Fertigkeiten zu bieten, die bei ihnen Medienbildungsprozesse auslösen. Ziel der Medienbildung ist die Medienkompetenz. Sie soll Menschen befähigen, die neuen Möglichkeiten der Informationsverarbeitung souverän handhaben zu können. Die Medienkompetenz nach Barke beinhaltet gleich diesem symbolischen Diamanten vier Eckpfeiler, die Medienkritik, Medienkunde, Mediennutzung und Mediengestaltung. Um nicht zu sehr auszuschweifen, werden wir auch dieses Thema in einem gesonderten Video behandeln. Mensch und Medien interagieren täglich miteinander und beeinflussen sich dabei gegenseitig. Die Mediensozialisation ist ein Prozess, in dem sich das entwickelnde Subjekt aktiv mit seiner mediengeprägten Umwelt auseinandersetzt, sie interpretiert und in ihr wirkt, aber auch beeinflusst wird. Dadurch wird das Identitätsbewusstsein sowie die Medienbildung eines Menschen geformt, durch die Mediensozialisation. Hier sehen wir beispielhaft einige Medien, durch die so eine Mediensozialisation stattfindet. Wir brauchen nun etwas mehr Platz für die Medienerziehung. Zur Verbesserung bzw. zum Erlangen von Medienkompetenz dient die Medienerziehung. Diese erfolgt zielgerichtet und bedeutet so viel wie Erziehung mit und über Medien, also zum Beispiel mit dem Tablet über Fake News oder auch über das Tablet. Auch dieser Mensch, dieser Lehrer oder diese Lehrerin trägt sein Konstrukt der Medienbildung mit sich herum, hier in Form eines Pullovers und ist bereits Medienkompetent, aber auch von der Mediensozialisation beeinflusst. Hier noch der Diamant der Medienkompetenz und wir schieben das gesamte Bild noch ein Stück zur Seite. Die Mediendidaktik. Das ist die Auseinandersetzung mit Werkzeugen und Wegen zur Lösung pädagogischer Anliegen. Es wird zum Beispiel erforscht, wie Lernen und Lehren unterstützt werden kann, hinsichtlich der kognitiven Aktivierung, neuer Lernorganisationen und kürzerer Lernzeiten. Das sind aber nicht nur, es beschäftigt sich nicht nur mit den Tools, sondern eben auch mit Konzepten wie Flipped Classroom oder Escape Rooms. Hier noch das Symbol für die Medienbildung, die Haube und der Diamant der Medienkompetenz. Hier noch einmal das gesamte Bild. Wir haben gesprochen über die Medien und Medienpädagogik im Allgemeinen. Dann schon etwas konkreter über die Medienbildung als Prozess der Bildung, in welchem vorhandene Strukturen immer wieder aufgelöst werden, um durch komplexere ersetzt zu werden. Über die Medienkompetenz nach Barke, das Medienkompetenzmodell nach Barke. Über die Mediensozialisation. Über die Mediensozialisation als einen Prozess, in dem sich das entwickelnde Subjekt aktiv mit seiner medial geprägten Umwelt auseinandersetzt. Über die Mediendidaktik als Auseinandersetzung mit Werkzeugen und Wegen zur Lösung pädagogischer Anliegen. Und über die Medienerziehung, die zur Verbesserung bzw. zum Erlangen von Medienkompetenz beitragen soll. Hier noch einmal alles unterstrichen. Ich hoffe, Sie konnten ein bisschen etwas mitnehmen und Sie hören mich wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Liebe! Bis dahin, alles Liebe!